So, von daher. Und Ashman hat auch echt ein gutes Mindset einfach. So wie ein Pokémon-Trainer. Bin ich mal gespannt. Muss ich hier mal was in Erfahrung geben. Alright, wir haben wieder ein bisschen Schlagabtauschen. Squid hat wahrscheinlich gleich die Nase vor, weil Squid ist broken, aber Fox ist halt auch ein bisschen broken. Ja, also man muss auf jeden Fall, so das Jank-Potenzial hat hundertprozentig gegen Fox immer der andere Placar. Und in dem Fall auch hundertpro, also mit der Aquakinarre ist das ganz schön zähl. Oh, hier hab ich grad vergessen. Aua. Also wir könnten auch einfach an der Realität bleiben und sagen, dass Ashman hier gerade einfach hart aufregt mit Damage. Und das sieht anscheinend der Ian auch so und wechselt hier zu einem etwas schwierigeren, schwereren und etwas Brains basierteren Charakter. Man muss natürlich sagen, wenn es Charaktere gibt, die gut darin sind, Zoning zu brechen, dann ist es wahrscheinlich fast. Oh, und da kriegt er den zweiten ab, das müsst ihr fast kühlen. Starkes Showing hier von Ashman. Und Bisa-Knosp, also das Ding ist, ich hab halt super oft gegen diesen Charakter gespielt, generell gegen Pokémon-Trainer. Und man muss sagen, dass auch schon immer auf den auch auf den Spieler ankommt und nicht nur auf den Char. Ähm, ich finde Bisa-Knosp, da musst du halt einfach nur so die ganzen Setups wissen und so und so ein Kram. Aber gerade bei Glorock ist es dann so, es ist einfach creepy, weil du bei den Leuten auch nie weißt, wann die, ähm, Flare-Blitz drücken und sowas. Ja, es ist... Es ist schlimm, ne, wenn die ganze Player-Stream-Stream-Streams die respektieren uns nicht, habe ich das Gefühl. Immer wenn wir irgendwas sagen, machen sie einfach direkt, ja, Ashman hat gut, sie sieht gut aus, bam, down, ja. Ja, safe. Kommentiert das Curse. Aber Ashman hat dann auch keinen Bock darauf. Das sagt sich nö. Back-Air-Opening? Bisher auf jeden Fall sehr even. Verfehlt da die Puppy-Kombo. Kein harter Punish. Statisches Rauschen. Ja. Ähm, okay. Ich dachte mir, es wird ja eine harte Situation, aber du willst halt von der Kante wegkommen, ne? das war bis jetzt nicht der Match. Der Punkt hier. Okay, wir sind wieder... Halt. Das ist disgusting. Down-air. Die hier? Ja, genau, die hier. Ja, auf jeden. Die halt wurde sogar noch genervt, also wurde schwächer geworden. Stimmt, ja. Aber Ashman riecht auf Blut. Also, glaube ich. Oder es ist Halfway? Er hat den Read, glaube ich, nicht gehabt. Er war nicht konfident genug, um da in den Kante zu gehen. Ah, nee, da kann er nichts mehr draus machen. Schon zu viele Prozente. Das heißt, das wird ein stumpfer Glura-Kill. Ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht. Oh. Normalerweise, immer bei Recoveries, hat er da explizit die Down-air benutzt worden von... Äh, wie der Knauss. Äh, aber... Er hat halt hier gewechselt, vor dem... Wahrscheinlich wollte er in Knauss bleiben. Was mich auch überrascht, weil ich weiß nicht, dass er muss, den Knauss zu verlassen. Aber ich bin ja auch kein Pokémon Trainer. Was meintest du noch mal genau? Ich bin nicht sicher, warum er gewechselt hat. Ich glaube, die waren einfach... Der hat noch so hohe Prozente, das war egal. Wie man ja gesehen hat, der ist ja direkt dann mit dem Knauss gestorben. Und er hätte die Down-air benutzen können, bei Trinkel, versucht, für den Jump-Bick zu gehen. Ja, das sind so diese kleinen Sachen bei Pokémon Trainer, wo man sich streiten kann, was so die richtige Taktik ist, ne? Ja, das ist wahrscheinlich eine. Ja, aber können wir darüber reden, dass wir gerade einen Fox haben? Mit 160 Prozent? Ja. Was, like, 250 Prozent in einem normalen Charakter? Ey, wenn er 200 hat, dann können wir reden. Aber... Darauf hat... Patsch! ...hien auf keinen Bock. Ja, Patsch. Oh, guck mal jetzt. Ah, jetzt kommt er auch zum Spann. Wir haben das Hintergebnis, was sehr freig ist. Und geht damit auf den Grab und dann... So, Squirtle macht die Staff. Aber kann ich... Man würde es jetzt erst denken, dass es da mehr Kombos gibt. Oh. Insbesondere... gegen so einen Schnellfall, den kriegt er die Fox. Die Fox hat bekannt, dass er kommt. Ja, da riskiert er keinen Kill. Geht auf dieser Klaus. Kann er auch nicht mehr lange jetzt. Wird auch schon, glaube ich, gleich auf... Lurak. Oder? Oder auch nicht? Besonders, wenn er noch ein bisschen Raider zukommt, macht es wahrscheinlich keinen Unterschied mehr. Er braucht halt diesen Damage, ne? Er braucht auf jeden Fall noch Damage. Ash, wenn es hier nicht gekippt sind, aber... Wieso rede ich eigentlich zu viel? Das war halt fast gekillt. Oh, ja. Wieso aber nicht? Da kommt der Upsmash und beendet das erste Game. Und das ist super wichtig für Fox-Spieler, einfach mit dem Upsmash stumpf killen zu können. Ja, das ist absolut richtig. Und man muss sagen, heute, die Matches, die ich jetzt gesehen habe, die ich besser kommentiert habe, Ashman macht einen fantastischen Job mit dem stumpfen, hey, ich habe kein Setup, ich laufe einfach auf den Gesicht Upsmash genau in der Sekunde, wo du dich erwartest. Genau wie die SDN Dashetacks. Ja, das sind einfach Basics. Man ist so ein schlechter Fox-Spieler, wenn man mit Fox nicht killen kann. Man... Es ist einfach Trash dann. Direkt Trash. Und es sieht auch echt kacke aus, wenn du auf den Schild Upsmash begegnest, viermal Punished. Ja. Oder wenn du, wenn du jedes Mal ihn versuchst, so in die Luft zu kriegen, sagst, oh nein, dieser Abwehr muss treffen. Ich muss ihn treffen. Es geht einfach nicht. Ich kenne ja aber einen Fox in unserem Turnier, dem das wahrscheinlich nicht so häufig passiert. Nee. Und der ist auch gerade 1-0 ab. Wie geht es denn? Es gibt ja auch keinen Charakterwechsel. Es gibt aber einen Stagewechsel. Ich habe allerdings keine Ahnung von den Boundaries bei dieser Stage, also weiß ich nicht, wie das das Matchup einfällt. Ja, ich weiß. Es hat gar keine Boundaries bei gar keinen Stages. Ich würde mal schätzen, dass die Boundaries vielleicht höher ist, damit er halt nicht so schnell vom Upsmashen killt, stirbt. Aber vielleicht will er auch selbst nach oben killen. Ich nehme einfach immer FD. Auch gegen Chars, wo man so denkt, so wie Sonic, die FD, ich weiß ja nicht, ich so noch. Aber FD ist auch eine schöne Stage, ne? Ich nehme Brawl, Brawl-Musik. Und wenn ich mich fühle, nehme ich Smash 460-Musik. Oh, okay. Also jetzt im Moment ist auf jeden Fall eher Ian in Gefahr. Ja, okay. Jetzt hat er geswitcht. Oh, danke. Oh. Off-Stage. Punish, aber kein Schmerz. Er könnte Mitte-Downer versuchen. Er versucht es, er versucht es. Warum nicht? Es ist kein Risiko. Ja, und genau das muss man immer und immer wieder labben. Auf jeden Fall. Die sind wichtig. Die sind auf jeden Fall wichtig. Also Fox kann man so massivst abusen oder diese Abbie zumindest. Oh, Backflow einfach. Okay. Klar. So, aber jetzt hat er das Problem. Er hat keinen Rage mehr. Glurak wird noch nicht sterben. Die Ab, der Ab-Stage hat wahrscheinlich nicht gekillt. Was macht er jetzt hier? Grab, Damage? Das ist wahrscheinlich eine ganz schlechte Option. Dash-Attack. Oh. Da geht's los. Er muss killen. Er führt den Druck. Oh. Aber kommt mit dem... Sehr gut gelöst von Ian hier, dass er da mit dem Angriff auf die Sage noch kommt, weil wenn er da die Kante neu geblieft hat... Oh, er hat versucht, Shield-Break zu machen. Aber das war gerade ein bisschen... Ja. Ich hoffe nur nicht, dass hier Ashman jetzt Deskirk wird. Das muss aber nicht. Kann eine... äh, nicht safe ab... Nein, Mutual-Air kommt von Ian raus. Wie die Shield-Break wird. Weißt du, ob das safe ist, dass man Shield-Break bekommt, wenn man den ersten... Hit von der Ab-Bi praktisch von Fox shieldet? Ich glaube, du musst davon noch eine Treppe gemacht haben. Das war ja beim letzten Mal, war es dann so, dass er irgendwas getroffen hat und dann ge-Up-iht hat. Achso, okay. Ich glaube, Landing-Nutual-Air oder so. Ich würde schätzen, dass das benötigt ist. Ja, es macht er auf jeden Fall gut, an der Edge. Also... Eine der von Fox' großen Stärken ist dieser Edge-Spapping. Aber wegen der guten Frame, der da... Aber die meisten Fox-Spieler machen einfach viel mehr näher. Also die spammen einfach näher so ein bisschen an der Edge. Das kann man dann auch in der Option. Ja, genau. Aber das kannst du halt gegen den Visaknosp nicht machen, weil er da einfach hochpatscht. Ja. Jetzt aber, Visaknosp, ja, Ian auch mit einem sehr guten Edge-Spapping. Also ich würde mir in die Hosen scheißen. Wie knapp da der Tod an mich bein geht. Oi, oi, oi. Es ist nicht leicht, über sowas nicht nachzudenken, ne? Boah. Denkt man im Kopf wirklich immer so... Boah. Boah. Es ist vielleicht auch in Gefahrenen Abschmerz zu treffen. Boom! Und da findet er die Öffnung. Er hat gegeiert auf den Absmash, aber er hat es nicht gezeigt. Das ist die Kunst. Fox steht und fällt mit dem Absmash und im Moment steht er ziemlich weit aus. An sich kannst du da ja auch ein bisschen antäuschen und so ein Kram, Aber, ja. Und er ist auch erst bei 90 Prozent, ne? Das ist jetzt nicht das Schlimmste. Ja, noch nicht, noch... Das gilt ihm nicht alles. 50 Damage von einem Grab oder so. Ja, das ist nicht. So schnell Damage gemacht. Auch so ein wichtiger... So eine wichtige Sache bei Fox. Du musst nicht unbedingt eine Kombo machen. Du kannst auch ganz... ganz Suche einfach hier ein Hit, da ein Hit, ein bisschen reacten, eine Kombo, wieder ein bisschen reacten und dann auf einmal hat der Gegner so viele Prozente. Sagen wir zum Beispiel 134,8? Ja. Reiz. Ein hypnotisches Beispiel. Also als... Oh! Zitter... Äh... Eikspieler hätte ich ja da geartbildet, aber... Okay. Bleibt er auf, Shiggy? Er braucht den Damage, ja. Es gibt, glaube ich... Ich glaube, hier würden alle sterben von seinem Pokémon. Also gibt, glaube ich, keinen Grund, jetzt hier abzuwechseln. Und Shiggy kann safer sein. Vor allem ist es ja im Endeffekt auch immer nur der Up-Smash, ne? Es ist nur Up-Smash und Up-Air sind die einzigen... Back-Air vielleicht noch, ne? Back-Air, Up-Smash. Aber ja, dann... Down-Smash in einigen Situationen. Parry-Down-Smash oder so. Generell natürlich die Smash-In-Smashing-Kippe. So, Shiggy... Er chippt jetzt hier langsam auf die Prozente. Oh! Das ist... Er kann das gerade... Das ist eine gefährliche Situation für Ash-Man. Er darf jetzt hier nicht zu kommen, wenn er sein ist er auch nicht. Aber wenn jetzt hier ein schlechter Up-Smash rauskommt, dann könnte es das gewesen sein. Ja, gut gemacht. Gut gemacht. Keine Angst, einen Jagen lassen. Auf keinen Fall da eine Reaktion zu geben. Jetzt ist... Oh, jetzt muss er... Ah, okay. Okay, wechselt. Bisschen Chip-Damage. Der tippe Back-Air. Und Flare-Blitz. Ich glaube, das hat ihn... Er überliebt! Flare-Blitz, aber... Und Back-Air. No! Oh! Oh! Hä? Wie? Er hat sich das nicht... Hat er Back-Air und dann Fastball gemacht? Ey, ich glaube, er hat zu früh gefastballt oder er ist nicht gejumpt oder so. Oha. Das war ein grober Patzer leider gerade. Ja. Er hatte es. Er hatte den... Er hat das... Flare-Blitz war zu hoch. Dadurch hat er sehr viel Endlack. Also das hätte er punishen können. Ja, ich habe genau gesehen, so was da jetzt der Plan ist. So, okay, er schildert da jetzt, sodass... Dass er irgendwie darauf trifft und halt diese Tumble-Animation hat, aber... Ja. Ja, wie willst du das zu punishen? Außer mit der Back-Air, ne? Vielleicht ist der Back-Air zu früh. Vielleicht wollte er runterspringen und dann damit ein Back-Air machen. Es kann sein, ja. Und hat die Back-Air zu früh gemacht? Ja. Aber das war es hier... Es gibt zu viele Möglichkeiten. Kein Sinn hier zu spekulieren. Aber... Ja, die Frage ist so, was hätte er stattdessen machen sollen? Hätte er das einfach nicht verkacken sollen oder hätte er vielleicht eine Fair-Drag-Down statt einem Foot-School? Ich glaube, für die Back-Air zu gehen ist, glaube ich, schon eine richtige Idee. Ich glaube, das wäre einfach nur verkackt. Ja. Ich weiß nicht, ob die Nair gekillt hätte. Das wäre natürlich ein bisschen sicherer gewesen, aber... Ich hätte, glaube ich, einfach Walk-Off oder Run-Off-Up-Air. Wäre vielleicht... Oh, das wäre so... Ja, aber auf jeden Fall schockierend. Schockierend ist 1 zu 1 gerade. Auf jeden Fall. Aber... Das ist wahrscheinlich der einzige Fall, wo man sagen kann, hey, wie der Exus verloren. Weil es war immer noch... Er hätte... Erstmal muss ich auf jeden Fall nichts verstecken, was das als Match angeht. Ja. Er spielt echt gut. Also... Das sind halt nur diese beiden Sachen mit Fox so ein bisschen, ne? Also, die du so offensiv machen musst. Also, du willst Damage machen. Ja. Entspannt. So schön in einem Rutsch einfach 100 und dann ein Upsmash. Das können wir auch überreden, was für ein schöner Stock das gerade war. Das war ein idealer Fox-Stock. Dann kriegt er da seinen Einfehler und da kommt sofort die Down-Enter-Up-Smash und das geht halt bei 100%. Früher war das bei Ash-Man halt so, dass er schon ziemlich aufgeregt auch wurde und alles. Also, dass er dann auch durchaus so Chokes gemacht hat und alles Mögliche. Und ich hab das Gefühl, inzwischen ist sein Mindset eisern. Also, das kann sie mich anschauen. Aber 30%? Dann will ich nicht zufrieden. Er ist sehr leicht. Es ist immer noch absolut möglich, für ihn hier das Comeback zu machen. Ja, safe. Absolut. Ash-Man ist sehr stark. Ash-Man will hier Ash-Man drücken hier auf die Tube. Und es gibt keinen Grund, es nicht zu tun, weil er hat immer noch zwei fucking Stocks. Oh Gott, ich schwere. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich mach's mal lieber nicht. Er hat noch zwei Stocks üblich, mit denen er arbeiten kann. Und das war's. Ja, und da ist die Baker. Das war's nicht! Oh, was? Echt? Okay, vielleicht nochmal Comeback. Weil, ich würde mir von hierhin wünschen, dass er mit mit Shiggy irgendwann mal erstmal auflädt, die B, und die dann irgendwann im Petto hat und den einfach wegsplasht. Aber natürlich muss man sagen, Fox ist ja auch BOOM! Der ist ja basically Sonic 2.0, der ist nicht in der Gesicht. Aber woran du dir das, das Ding ist, er kann das nur auf dieser Höhe machen, ansonsten ist er vulnerable. Das heißt, du weißt eigentlich so, okay, er ist jetzt gerade unter der Höhe, er wird springen und dann Side-Bee machen. Und dann kannst du das halt schon reinhauen. Du meinst Off-Stage. Ja, ja, Off-Stage. Und dann fliegt er halt irgendwo da rum, ne? Das ist ja Standard. Aber das Ding ist, du kannst dann halt nochmal schießen mit Wasser und dann hat er halt keine Side-Bee mehr wirklich. Ich mein doch eigentlich ja das Laden, wenn er auf der Stage da lebt ist. Es geht ja viel auch um Spacing, was wäre die Kontrolle und du musst halt dann dafür die Kontrolle aufgeben und wahrscheinlich ich war nicht bereit, das zu tun. So, wie steht es jetzt? 2-1? Ja. 2-1 für Ashman. Sehr schön. Das heißt, wir sehen uns hier in Game 4 und man muss sagen, das war ein dominantes Showing gerade eben von Ashman. Das heißt, hier muss Ian ist jetzt hier am Zug zwangen. Oh, oh, oh. Der Tag ist wieder der Tag, komm, ich drücke. Das war so crazy. Ja, genau so was meinte ich. Also, ähm, guter Start für Ian. Der letzte war kein Freestock, ne? Der hat am Ende noch... äh, eigentlich weiß ich nicht, ob er sogar noch zwei Stocks bekommen hat. Ich glaube, jetzt noch zwei Stocks bekommen und ist dann instant gestorben. Ja, aber schauen, wie das jetzt läuft. Jetzt muss Ashman aufholen. Was bedeutet, eventuell kommen Risky Upsmashes, eventuell kommen Arpanisches Upsmashes. Aber es ist ja noch nichts. Winners Semis Finals übrigens. Winners... Ne, Losers Semifinals, meine ich natürlich. Best... äh, wisst ihr, wer der andere Kontrolle in den Losers Finals ist? Nice, nice face. Na, ja, stimmt. Der Bevölkerung gegen SDN verloren. Und einem interessanten Spiel, das ihr beiswag auf dem YouTube-Kanal findet. Safe. Von N.E.Z. Genau. Morgen, irgendwann oder übermorgen oder so. Werden wir dann die Bots hier hochgeladen? Irgendwann. Vielleicht. Nein, auf jeden Fall. Morgen mach ich das. Morgen direkt. Ja, ich bin da schon sehr... Ich mach das immer an den Tag danach, tatsächlich. Stimmt. Kann ich nicht. Aber das... Diese Nacharbeit ist immer... Jetzt gerade hab ich Urlaub, deswegen ist das cool. Aber normalerweise ist es immer so, weißt du, dann hast du den ganzen Samstag nicht und dann den Samstag auch noch das. Ähm, mir hab ich fast erstmal noch reinstockt, irgendwas hab ich verpasst. Ja, ich auch. Aber das ist okay. Okay. Irin lässt sich das halt nicht gefallen und antwortet genauso, wie Ashman das gerade gemacht hat. Ja, einfach umgedreht. Wir sagen so, okay, das Match existiert nicht. Tschüss. Oha. Okay. Und jetzt das nächste Match. Was ist das für ein Turnier? Das war ja schon bei einem Defun-Match. Also Ashman macht's hier aber auch echt spannend. Ja. Ashman und ihr machen es echt spannend. Beide machen es sehr spannend. Ich glaub, meinst du, die haben sich hier abgesprochen und die so, guck mal hier, Game 3 machen wir, dann mach ich entspannt und Game 4 machst du dann entspannt. Genau, deswegen haut Andy Zett auch immer so rein. Das ist eigentlich so pro, nicht pro-wrestling, das ist pro-smashing. Und das ist dann einfach so mit Skript. Okay, dann machst du das Back-Air und erdeutscht dich das und es kommt So, es geht in Game 5, aber das bedeutet, dass Ashman einen Counter-Pick in Game 5 hat, was die Stage angeht und ich hab keine Ahnung, ob das irgendein Spiel macht. Aber, ich weiß, was jetzt, ich weiß, eine Sache weiß ich jetzt. Na? Gehe ich in Game 5 und das Game wird geil. Ja, auf jeden Fall. Ich frag mich, wer als erstes so ein bisschen das Momentum bekommt. Und ob das wieder ein Sweep wird. Eigentlich nicht, ich glaub, das wird ein... Äh, das wird zittern. Das wird zittern. Auf den letzten Stock wird das zittern. Also, auf jeden Fall werden die Nerven da auf jeden Fall irgendwann anfangen, sich bemerkbar zu machen und dann mal gucken. Du meinst es ja, der Ashman hat stahlharte Nerven sich in dem Begriff. Mal sehen, ob er genug davon hat, ob er nicht alles noch aufgebraucht hat. Aber, erster Fehler von von dir ist dann abgeworfen von der Fall. Oder nicht. Interrupted die Call mit Jab. Es sieht bis jetzt nicht gut aus für Ian. Auch wenn Ian gerade das Stage-Refrechen aber... Ist hier auf A3... Ich sag, ich sag, wie es ist. Der ist fast in Kill-Prozent. Er ist tot? Nein, er ist nicht tot. Noch, der ist tot. Auf der Stage auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er sonst hätte noch abgemachteln können oder so, aber... Ich hätte ihn sagen dürfen nicht schon wieder. Ja, Ashman sieht gut aus. Bam, Edgeguard. Aber das ist das Match-Up. Das ist das Match-Up. Deine Recovery möglichst vermeiden. Alles klar. Charizard macht dann Besuch von der Linken Blastone. Das ist wahrscheinlich die Routine-Inspektion. Ich muss mir immer fragen, wie die aussieht. Oh! Hast du es gehört? Ja. Er hat sich mal auf den Kopf gesprungen, oder? War das ein Futsal? Ja, ich weiß nicht genau, was da abgelaufen ist. Also, ich glaube, das war... Ich gehe mir diese Tick gemacht, dass du, wenn du Futsal, bist vielleicht ein paar Frames, dass du damit Ares entkommen hast. Ich glaube, er hat auf jeden Fall Momentum nach oben bekommen, deswegen ist er... hat das eine... Er hat nur eine getrunken. Genau. Aber das Chanks so, als hätten beide... Das war für zu, auf jeden Fall, ja. Brüpp! Oh! 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 Okay, er versucht es nicht. Ja, okay, es ist... Es ist Fox. Oh! Das war ein Doppel-Vedge-Grab, das darfst du nicht machen. Das ist ja egal. Ashman ist so patient. Er steht da einfach rum und dann guckt ihm ins Gesicht und so. Du weißt, wie du bist in der Kante. Mach mal was. Panik! Ich habe Panik und ich spiele nicht mal. Also, es ist schon cool, dass Fox noch existiert. Auch so auf einem höheren Level und dass der noch gut ist. das war ein paar Fox immer. Oh mein Gott. Ich mach mir Sorgen! Oh! Okay. Forward Throw, Offstage, Feuer wahrscheinlich. Oh, okay. Also Feuer, ja, aber anders als gedacht. Slappt ihn direkt. Und das ist jetzt... Oh, das war ein grober Patzer. Das war ein grober Patzer. Er hätte locker noch lange überleben können. Wir haben jetzt schon wieder zum, ich weiß nicht wieviel Mal in diesem Turnier ein Game 5 Last Stock Situation. Zickerpartie halt. Jetzt gucken wir, wer die besseren Nerven hat. Oh! Oh! Alles gut. Oh! Oh! Ashman ist da durchgekommen. Da kann man auch nichts anderes sagen als Oh und Oh. Ja. Ich mag diese Momente voll gerne. Aber es ist ein sehr gutes Movement davon, Ashman, dass er sich da rumbewegt und da jumpt. Ja, 61 Prozent. Er kommt jetzt halt so langsam in die Prozente, wo er bei jedem Hit Offstage fliegt. Und das ist nicht gut bei Fox. Das ist nicht gut bei Fox. Oh, oh! Oh, oh! Er hat den Technik... Er muss das jetzt schnell beenden. Ansonsten, glaube ich, geht das an Ian. Kann das nicht punishen? Das ist ein Krimi. Ich glaube, er kann das nicht. Er muss jetzt ruhig die Prozente aufbauen. Die sind noch nicht erst noch nicht in Absolut Prozent. Noch ein solider Hit und da... Oh! Der Jump-Reade! Der Call-Out! Ian kriegt hier tatsächlich mit einem starken Showing, den das W gegen Ashman, der heute auch eiskalt super performt hat.